Wenn ihr bisher noch keine Location für euren Hackathon ausgesucht und gebucht habt, wird es nun Zeit, das zu tun. Vielleicht habt ihr die Location aber auch gleich zu Beginn eurer Planung gebucht, weil sie sehr beliebt und häufig ausgebucht ist. Welcher Ort sich für euren Hackathon eignet, hängt von der Größe, Dauer und den Bedürfnissen eures Hackathons und natürlich auch von euren finanziellen Mitteln ab. Wann soll euer Hackathon stattfinden? Vielleicht habt ihr hier Vorgaben? Wie lange dauert euer Hackathon? Einen Tag oder mehrere Tage? Das hängt natürlich von eurem Programm und Zeitplan ab. Wir stellen euch gerne unseren Zeitplan beispielhaft zur Verfügung. Wie viele Räume in welcher Größe werden benötigt? Fürs Arbeiten, Essen, Ausruhen, Präsentieren, Rahmenprogramm und vieles mehr. Welche Infrastruktur braucht euer Hackathon zwingend? Ganz wichtig für einen Hackathon, bei dem wirklich programmiert werden soll, sind zum Beispiel WLAN und Steckdosen. Wenn es eine Moderation, Ansprachen oder Musik gibt, braucht der Raum natürlich auch eine entsprechende Ausstattung mit Lautsprechern, Mikrofonen, vielleicht auch mit einer Bühne oder einem Podest für die Jury. Da einige unserer MentorInnen und Jurymitglieder nur online dabei sind, haben wir auch eine Videokonferenzanlage gebraucht. Nicht zu vergessen ist natürlich, dass es genug Sessel und Tische gibt. Bei einem Hackathon wird normalerweise in Teams oder Gruppen gearbeitet. Das heißt, die Tische und Stühle müssen auch entsprechend aufgestellt werden. Durch die Anordnung kann man zum Beispiel auch sicherstellen, dass Personen, die nicht gefilmt werden wollen, in einer bestimmten Ecke sitzen. Damit die Räume auch ansprechend aussehen, darf nicht auf die Deko vergessen werden. Hier kommen dann aber weitere Auflagen ins Spiel, wie zum Beispiel der Brandschutz oder geltende Hygienebestimmungen. Informiert euch unbedingt vorab, was erlaubt ist. Sobald ihr den Raum bzw. die Räume gebucht habt, informiert euch auch genau, welche Ausstattung und Infrastruktur vorhanden sind und was ihr noch selbst mitbringen müsst. Unser Hackathon hat im Festsaal der FH-Technikum Wien stattgefunden, was insbesondere für die Studierenden aus Wien sehr praktisch war. Die restlichen Studierenden mussten weiter anreisen, was wir ihnen aber finanzieren konnten. Überlegt euch im Vorhinein, ob und wie die Anreise der Teilnehmenden finanziert wird. In unserem Fall fand der Hackathon an einem Brückentag statt und wir wollten Studierenden die Möglichkeit geben, schon am Vortag anzureisen, damit sie am nächsten Tag entspannt in den Hackathon starten können. Bei mehrtägigen Hackathons muss auch noch vor der Anmeldefrist vereinbart werden, ob eine Unterkunft bereitgestellt wird oder nicht. Last but not least, kümmert euch um das Catering. Die Art des Caterings kann einen Einfluss auf euren Tagesablauf haben. Gibt es kleine, kalte Speisen, werden die Teilnehmenden vielleicht an ihren Plätzen essen und unregelmäßige Pausen einlegen. Gibt es eine große, warme Mahlzeit in einem anderen Raum, zwingt das zu einer Arbeitspause, was aber wiederum einen Austausch zwischen den Teilnehmenden ermöglicht.